Moin, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal der Sörgschuh-Norddeutsch, heute der Backmob. Servus, Moin, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal der Sörgschuh-Norddeutsch, mein Name ist Michael Vogel und ich darf dich heute wieder durch unser Programm führen. Wir sind immer im Advanced-Freestyle-Bereich unterwegs. Ja, der Backmob, wahrscheinlich eines meiner Lieblingsmanöver, brauche aber auch immer wieder ein bisschen Training, bis ich da wieder drin bin, ist ein bisschen Timing-Geschichte und am Anfang, ja, vielleicht ein bisschen feiner, wenn der Wind ganz an der Obergrenze beim Schirm kratzt, sondern dass man eher so, also Unterpower soll er nicht sein, weil dann saugt sich das Brett so fest am Wasser, dann bleibt er so kleben und kommt nicht sauber in die zweite Rotation rein, dann ändert es meistens relativ flach in der Toe-Side. Also das heißt, das Brett sollte frei laufen, ihr solltet beim Absprung einen guten Re-Pound bekommen, dass ihr euch schön wegdrücken könnt und dann solltet ihr einfach nur Wohlfühlung genießen bei der Backmob, wenn ihr alles gut macht und wenn ihr den Absprung eben richtig, richtig lange verzögert, dann fallt ihr in die zweite Rotation in den Pass-Show rein und da ist es auch ein leichtes, die Bar loszulassen und ihr habt sie hier wieder. Was brauchen wir beim Backmob? Ja, schaut, dass auf alle Fälle alles frei ist rund um euch, das kennt ihr schon beim Anhucked Fahren und wenn ihr so weit seid, dass ihr eine Backroll in the Rep springen könnt, dann ist es eine Nuance nur mehr, dass ihr eben die Bar hier habt. Auch da geht es wieder in der Luft zu schauen, ist jetzt nicht ganz so anspruchsvoll wie beim 313, dass die Hüfte hier an der Bar ist, dass die Hüfte so ein bisschen hergedrückt wird und dann rutscht die Hand hier hinten schön vorbei und ihr könnt sauber umgreifen und fahrt in die alte Fahrtrichtung wieder weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen begeistern für den Backmob, auch wenn du jetzt denkst, Mensch, das ist ja in Lichtjahre weg, aber oft kommt es anders, was man denkt und auf einmal befindet man sich mitten im Training für den Backmob und der geht relativ gut. Also es ist fast einfach so 313 zu lernen, der geht relativ gut und entscheidend ist immer, es wird ein hohes Brustlevel geben zwischendurch, aber wenn dann der erste Backmob gestanden wird. Glücksgefühle, ohne Ende, voller Adrenalin, macht einfach Spaß und den Moment müsst ihr dann für euch, für euer Leben lang safe halten und einfach genießen. Sowas kommt nicht so schnell wieder. Ich hoffe, für dich war ein oder andere Tipp dabei, würde mich freuen und wenn du sagst, Mensch, wo war das Ganze? Ich hätte gerne ein paar Informationen dazu. Ja, dann schreibe uns, ruf an, unser Büro ist immer besetzt, da habt ihr die Maria, die Hilke oder den Max am Telefon, auch die geben wir euch alle Infos und natürlich erreicht ihr auch mich mal im Büro, auch wenn ich lieber hier am Strand bin und meistens irgendwo in der Weltgeschichte rumtourne, um für euch die Bilder einzufangen und euch eben Content zu liefern, damit ihr euer KiteLab verbessert. Würde mich einfach freuen, wenn du ein Teil unserer Community wirst, gerne Likes, gerne verbreitest und natürlich auch gerne kommentierst und bis dahin sehen wir uns im Norddeutsch am Wasser oder irgendwo auf der Welt, aber mit Sicherheit am Wasser. Bis dahin, ciao, servus, euer Michi. Bis dahin, ciao.